Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Spirit of the North. Wir sind jetzt an der Stelle, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Ich habe das doch nicht aufgenommen, weil wir das Kapitel neu anfangen mussten. Ich habe bis dahin jetzt nochmal gespielt, alles nachgeholt, was wir so gemacht haben gestern. Und jetzt sind wir wieder hier. Ich habe mich nochmal genau umgeschaut und alles. Hier war ich noch nicht, das wollte ich mit euch zusammen machen. Aber hier können wir scheinbar nichts machen. Gut, bin ich mal gespannt. Ich habe, als ich zurückgegangen bin, das mit diesen Monumenten auch hier geschickt. Das symbolisiert hier oben einen Vulkanausbruch. Und das bedeutet quasi Tod. Deswegen muss hier auch der Tod hin. Genau. Das bedarf jetzt mehrere Anläufe. Soweit ich jetzt mir denken kann. Weil wir müssen jetzt echt weit laufen. Aber es hat geklappt. Sehr gut. Und dann geht das Türchen da auf. Gut, hat funktioniert. Hat gar nicht so lange gedauert, wie ich jetzt dachte, dass wir brauchen werden. Dann gehen wir mal hier hin. Und dann kommen wir hier weiter. Sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Äh, was denn? Du magst das nicht, ne? Dass sie überall Tote sind. Wer mag das schon so, in so einem Ort zu sein? Niemand. Genau. Als ich das nochmal neu gemacht habe, das Kapitel, habe ich mich auch nochmal sehr genau umgeschaut. Und soweit ich gesehen habe, haben wir nichts übersehen. Okay, das bringt nichts. Ähm, ja. Einsack. Jangan lupa. Töcht. Jangan lupa. Schrauben. Jangan lupa. Das ist ja auch. Ja. Imposieren. Ja. Aha, sehr gemein versteckt. Und er scheint hier auch direkt in der unmittelbaren Nähe zu sein. Okay, da gehen wir schon zu weit weg. Oh Gott, wo liegt der? Jetzt gilt es, ihn zu finden. Muss er hier in der Nähe sein. Hier auf jeden Fall nicht. Hier auch nicht. Oh Gott, komme ich jetzt nicht mehr hier raus? Doch. Hier sind wir auch schon zum Ball vom Leuchten weg. Ah, da! Bitteschön. Wow, wir haben zwei Stück hier in diesem Gebiet übersehen. Oh Gott. Kurz mich aufladen gehen. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Okay, bevor wir da reingehen, gehe ich nochmal hier andersrum. Wir haben zwei Stücke übersehen. Ich habe mich aber voll genau hier umgesehen. Oh, so richtig genau. Ich habe nichts gefunden. Das ist heftig. Naja. Und von hier kommen wir ja, ne? Ich bin wirklich überall draufgeklettert. Da, wo ging und so. Das ist voll das Seuchengebiet. Ich bin wirklich dabei draufgeklettert. Das ist voll das Seuchegebiet. Aber das ist voll das Seuchegebiet. Das ist voll das Seuchengebiet. Und das ist voll das Seuchengebiet. Das ist voll das Seuchegebiet. Und das ist voll das Seuchegebiet. Amen. Aha. Frage ist dann nur, wo ist der Besitzer? 1. Wärtspresse. Amen. Wow. Hm. Eigentlich kann das ja nie weit vom Stab weg sein, ne? Also könnte schon, aber war es bis jetzt nie. Ich weiß nicht, wo er sein könnte. Keine Ahnung. Ah, wir aus dem Thema, wir schauen uns genau um, ne? Ähm, ja. 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 Da haben wir noch einen. Oh, okay, da war einer, der war, der noch dazwischen kam. Gut. Ich habe schon wenigstens einen davon gefunden. Oh, man sollte gar nicht so tief hier rein. Ja. 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 Ruh! 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 Okay, kommt man nicht durch, ich dachte, vielleicht kommt man da durch. Okay, kommt man nicht durch, ich dachte, vielleicht kommt man da durch. Oh, kommt bestimmt da hoch. Okay, aber uns fehlt immer noch ein Dude. Na ja, wir machen einfach mal weiter, damit wir vorankommen. Okay. Okay, das ist gut. hängt ein bisschen. Ah, jetzt nicht mehr. Gut. Ja, ich würde mich für heute aber verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.